Im November 2022 ist das Flex4UKW an den Start gegangen. Mit diesem innovativen Konzept bietet das UKW Pflegefachkräften, MFAs, Notfallsanitätern und anderen Berufsgruppen die Möglichkeit, flexibel in Clustern zu arbeiten. David Ries ist einer von ihnen. Der 34-Jährige hat vorher im Pool des UKW als Gesundheits- und Krankenpfleger sowie als Praxisanleiter gearbeitet. Meine Motivation, ins Flex4UKW zu wechseln, sind vor allem die Flexibilität und die Selbstbestimmung, die ich dadurch habe. Zum Vergleich, auf einer Station, wenn man dort festarbeitet, ist man vom Dienstplan in der Regel seit gebunden und dadurch kommt das Private öfters mal zu kurz. Und beim Flex4UKW kann ich meinen Dienstplan selbst vorgeben und dadurch privates und berufliches Gut und ein gut bringen. Karschana Schöller ist Klinik Pflegedienstleitung und hat seit November zusätzlich die Leitung des neuen dreiköpfigen Flex-Teams übernommen. Zusammen mit Rekruter Patrick Hetzer und Disponentin Delia Schumacher ist sie für alle Prozesse verantwortlich, die das Flex4UKW betreffen. Also der größte Benefit sowohl für Stammbitarbeitende als auch für Flex-Mitarbeitende ist die stabile Dienstplanung. Das bedeutet, dass frei auch am Ende wirklich frei ist. Also das Konzept von Flex4UKW macht eigentlich aus, dass unsere Mitarbeiter sich nicht nur aussuchen dürfen, wann sie arbeiten, sondern auch wo sie arbeiten. Und sie wählen ihren Fachbereich und werden dann dort eingearbeitet, sodass sie dann am Ende der Einarbeitung einfach eine große Handlungssicherheit haben und eben den Personalausfall bestmöglich kompensieren können. Wir sprechen auch Mütter an oder Eltern, besser gesagt, die eben aus der Elternzeit zurückkehren, auch gerne vorzeitig zurückkehren möchten. Wir sprechen damit auch Rentner, Rentnerinnen an, die noch zwei, drei Tage hier vor Ort sein möchten. Wir sprechen Studenten an, die eine Ausbildung hier abgeschlossen, oder nicht hier, die eine Ausbildung abgeschlossen haben und jetzt eben Medizin, Biologie studieren, aber auch Mitarbeitende, die sich orientieren möchten, um dann fest auf eine Station zu gehen. Am besten nimmt man über das Kontaktformular auf unsere Homepage Kontakt auf. Einfach seine persönlichen Daten hinterlegen und wir nehmen innerhalb von 24 Stunden zu jedem Interessenten Kontakt auf. Wenn ihr Teil des Teams werden wollt, bewerbt euch! Wir freuen uns!